Ja, herzlich willkommen zu Abovilor. Heute mit Julia Morell. Auch dir schönen guten Tag. Du bist ja Geschäftsführer und Gründer von WebTiger. Du kannst ja einmal erzählen, was ihr so macht. Ganz kurz zusammengefasst, wir helfen unseren Kunden, das sind Anwälte und Kanzleien, über das Internet ihre eigene Webseite mehr Wunschmandate zu erhalten. Und was sagst du, wie wichtig ist es heutzutage, einen professionellen Webauftritt zu haben, auch für eine Rechtsanwaltskanzlei, vielleicht auch im Hinblick dazu, um neue Mandanten zu gewinnen? Das ist super wichtig, weil es ist ja klar, der erste Eindruck zählt und man kennt es ja selbst von sich, wenn man irgendwo auf eine Webseite geht, wie das die Darstellung ist, ist dann auch die eigene Auffassung darüber, ob das jetzt ein guter Anwalt ist oder nicht. Und was würdest du sagen, welche Fehler sind jetzt am häufigsten so vertreten, auch bei Kanzleien, die man auf jeden Fall vermeiden kann, auch mit wenig Aufwand? Ja, also ein häufiger Fehler ist, dass sehr schicke Boutique-Webseiten erstellt werden, die wirklich toll aussehen und wahrscheinlich auch sehr teuer sind. Wir sprechen hier um die 5.000, 10.000 Euro und aufwärts. Und dann wird trotzdem, obwohl es so teuer ist, eben wichtige Dinge, die für die Suchmaschinenoptimierung wichtig sind, nicht beachtet, dass es eine saubere Überschriftenstruktur gibt mit H1, H2, H3-Überschriften oder auch, dass die Seite dann ziemlich langsam lädt auf Mobilgeräten, weil sie einfach so bildlastig ist. Und da ist es dann die Kunst, beide Welten zusammenzubringen, sprich ein schickes Design, was aber auch gleichzeitig schnell lädt und im Quellcode alle Voraussetzungen hat, damit das Google gut auslesen kann und dann eben entsprechend auch gute Positionen bei Google erzielt. Und du hast ja jetzt die Suchmaschinenoptimierung angesprochen und auch schon ein paar Punkte. Hättest du so eine Checkliste, die man auf jeden Fall jetzt so als Laie vielleicht auch abarbeiten könnte, wenn man seine eigene Webseite mal anschaut? Ja, so eine Checkliste. Im Übrigen kann man auch gerne bereitstellen. Wir haben tatsächlich so eine Checkliste und die ist ziemlich lang. Also zwei DIN A4-Seiten mit vielen Punkten. Wenn man zum Beispiel neue Texte auf die Webseite bringt, dann ist es eben wichtig, da bestimmte Dinge zu berücksichtigen, wie roter Faden, ein Thema pro Unterseite. Das ist ohnehin immer sehr wichtig, dass man eben nicht viele verschiedene Themen auf einer Seite behandelt. Und ja, also wir können auch sowas verlinken in der Videobeschreibung, unsere Checkliste. Wäre jetzt mal ein Angebot. Ich glaube, die Checkliste heißt, die wichtigsten Faktoren, damit ihre Beiträge bei Google weit oben landen und damit Mandatsanfragen generiert werden. Das verlinken wir auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Was sagst du denn, wie der perfekte Webauftritt Kanzleien sogar helfen kann, sich von der Konkurrenz abzuheben? Also was sind vielleicht sogar die Stärken, die man hervorheben kann? Ja, also wichtig ist immer die Frage, what's in it for them? Also nicht ich, ich, ich und das ist mein Lebenslauf und das biete ich an, sondern was hat ein potenzieller Mandant, wenn er ausgerechnet zu mir als Anwalt kommt? Was kann ich besser oder anders als andere? Und da ist es lohnenswert, gerade am Anfang sich Gedanken zu machen, was sind so drei bis fünf Vorteile, die mich als Anwalt oder Kanzlei ausmachen, warum es sich wirklich lohnt, zu uns zu kommen. Und Beispiele sind, ich habe, damit das ein bisschen konkreter wird, ein Anwalt könnte zentral in der Fußgängerzone sein, ist halt ein Plus, kann man leicht hingehen. Wenn, wirklich haben wir es da Vorteile. Oder ein Anwalt ist wirklich auf ein Rechtsgebiet hochgradig spezialisiert. Klar, Fachanwalt ist wichtig. Und dann aber vielleicht darüber hinausgehend eben noch besondere Expertise in diesem einen Rechtsgebiet. Und ich glaube, wir kommen dann gleich noch kurz dazu, zum Thema Expertenstatus und wie man das dann auf der Webseite präsentiert. Aber, um es mal jetzt kurz zu fassen, vorteilsbezogen kommunizieren auf der Webseite, eben nicht ich, 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 sondern was können wir für sie tun, was ist der Vorteil für sie. Und wie wichtig siehst du in dem Zusammenhang dann auch Blogs oder Fachartikel für den Webauftritt von der Kanzlei? Also sollten dann Kanzleien alle Themen abdecken oder wirklich, wo sie vielleicht potenzielle Mandanten sehen, nur abdecken als Artikel? Ja, also in einer Welt, wo Zeit und Geld endliche Ressourcen sind, wobei Geld ist, gibt es tendenziell mehr als Zeit. Aber wo, sage ich mal, die Ressourcen begrenzt sind, ist es wichtig, sich zu fokussieren und zu positionieren. Beispiel, es ist sicher schneller möglich, gute Mandatsanfragen zu bekommen, wenn, sagen wir mal, nehmen wir mal einen Anwalt der Familienrecht, Arbeitsrecht und Erbrecht anbietet, dann wäre es intelligenter aus meiner Sicht, das Familienrecht und maximal noch das Erbrecht, weil die eng zusammenhängen, zu behandeln im Blog und dann auch wirklich nur über diese zwei Rechtsgebiete Themen zu verfassen und dann optimiert für Google reinzustellen auf der Webseite, als jetzt noch das Arbeitsrecht hinzuzunehmen, weil, wenn ich jetzt mir das vorstelle, über einen Zeitablauf von mehreren Monaten oder sogar Jahren, wo dann eben explizit nur diese Inhalte veröffentlicht werden im Familien- und Erbrecht, sagen wir mal, dann entsteht halt auch für Google der Eindruck oder der klare Nachweis, heißt, dass es sich hier um eine hochspezialisierte Kanzlei handelt und wird dann im Umkehrschluss diese Kanzlei bevorzugt an vorderen Positionen ausspielen bei Google unter sonst gleichen Bedingungen im Vergleich zu einer Kanzlei, die eben alle möglichen Rechtsgebiete im eigenen Blog behandelt. Und jetzt hat man ja vielleicht die richtigen Mandanten, kommen auf die eigene Webseite. Jetzt ist ja das große Problem, wie sollen die Mandanten mit einem in Kontakt treten? Wie würdest du sowas optimal gestalten? Also mit so einer Formularvorlage oder einfach nur Telefonnummer, wo man sich melden kann oder E-Mail? Also es kommt ganz darauf an, wo ich gerade als Anwalt mit meiner Kanzlei stehe. Wenn ich gerade erst anfange, alles drauf, besonders die Telefonnummer. Wenn ich schon eine etablierte Kanzlei bin und ich kann mich nicht retten vor Anfragen, dann empfehlen wir, das Legal Tech-mäßig umzusetzen, beispielsweise mit einem Typeform-Fragebogen, einem interaktiven Fragebogen, der erstmal ausgefüllt werden muss, wo dann auch gefragt wird, besteht eine Rechtsschutzversicherung und wo auch vielleicht kurz geschildert wird, um welchen Gegenstandswert es sich handelt, also in welcher Höhen, Größenordnung liegt der Schaden oder was auch immer, dass das abgefragt wird, sodass dann der Anwalt oder die Kanzlei, die schon etabliert ist, relativ schnell sehen kann, ist das ein Mandat, was sie haben wollen und wenn nicht, das freundlich mit einer guten Begründung eben abgesagt werden kann. Wie gesagt, Anfänger, alles, weil ein Anfänger will erstmal Umsatz machen, muss Umsatz machen und sollte sich nicht verstecken hinter Formularen, aber wenn wir jetzt eine Kanzlei nehmen, die beispielsweise Leasing-Fälle macht und das im größeren Stil und es kommen 600 bis 800 Fälle rein, Mandatsanfragen, nicht Fälle, im Jahr, dann macht es total Sinn, da vorzufiltern, einfach um die Zeit des Kanzlei-Inhabers zu schützen, damit eben nicht unnütz 20 Minuten für einen potenziellen Mandanten investieren muss im Telefonat und nach 20 Minuten kommen raus, der ist gar nicht der passende Mandant. Und wie siehst du das Thema Online-Bewertung? Es ist wahrscheinlich für Anwaltskanzleien genauso eine gute Referenz wie auch für Restaurants oder so, ob der Anwalt kompetent war oder ob man gute Rechtsberatung bekommen hat. Wie siehst du das? Also das ist super wichtig für uns alle, nicht nur für unsere Kunden, also unsere Kanzleien, Anwaltskunden, sondern auch für uns selbst oder auch für dich ja vielleicht auch in dem, was du tust. Wenn zum Beispiel ein Mandant, ein potenzieller Kunde zu uns kommt, der schaut sich auch unsere Bewertungen an und genauso wird ein potenzieller Mandant, wenn er ein familienrechtliches Problem hat oder ein medizinrechtliches Problem hat, mit Sicherheit erstmal schauen, was sagen denn andere Mandanten, wie zufrieden die waren. Es ist immer und überall dasselbe. Deswegen kurz zusammengefasst, Online-Bewertungen und Reputationsmanagement super wichtig. Und welche Rolle siehst du dann als letzten Baustein noch des Social Media im Marketing-Mix? Also denkst du, das hilft Anwaltskanzleien, mehr Reichweite zu erzielen und wie sollte man das vielleicht sogar in die Webseite integrieren? Ja, es kommt auf die Kanzlei und das Thema an, ob man es überhaupt macht, Social Media und wie man selber dazu steht. Wenn man beispielsweise selber kein Facebook-Account hat, niemals auf LinkedIn ist, dann passt es nicht zu einem, dann kann man immer noch überlegen, ob man es einer Agentur gibt oder jemand anderem, der es für einen macht. Aber tendenziell sollte man die Dinge machen, mit denen man sich selber wohlfühlt. Wäre jetzt mal so mein erster Tipp. Und nicht irgendwas machen, weil es alle anderen machen. Und wenn man da Lust drauf hat, und da habe ich ja auch schon gesehen, irgendwelche Kanzleien, die dann auf Facebook gern und viel posten und hier bin ich beim Gericht und hier stehe ich jetzt da und da und das ist mein Kanzleihund. Das kann man dann auch auf LinkedIn posten. Dann sollen wir das machen. Ist auf jeden Fall gut, insbesondere LinkedIn. Und auf die Webseite einbinden, gut, bis auf jetzt, dass man da Icons einbindet. Hier ist LinkedIn, hier kommen sie zum YouTube-Kanal, wie auch immer. Das wäre jetzt mein erster Ansatz. Ja, das sollte man dann auf jeden Fall machen. Wie gesagt, aber bei den Maßnahmen, man muss es nicht unbedingt, weil die Leute suchen halt über Google die potenziellen Mandanten. Und das wäre immer mein Ansatz, der erste große Ansatz für alle meine Maßnahmen. Du hast ja auch vorhin darüber gesprochen, dass viele auch über das mobile Endgerät in Google unterwegs sind. Wie würdest du sagen, was sind vielleicht Maßnahmen, die man treffen kann, um die Webseite für diese Handys und Smartphones optimiert anzeigen zu lassen? Genau, welche Maßnahmen? Also es kommt jetzt darauf an, wenn ich ein Anwalt bin, der gerade erst angefangen hat oder selber gerne an seiner Webseite bastelt, gibt es ja auch einige. Die würden dann zum Beispiel ein Baukastensystem nehmen. Die guten neuen Baukästensysteme, die es gibt, die unterstützen das. Das heißt, wenn die da was Neues aufsetzen, ist das in der Regel schon voll für Mobilgeräte optimiert. Zum einen. Und wenn ich aber eine Kanzlei bin, die sagt, ich möchte keinen Baukasten, sondern ich möchte ein Content-Management-System, weil ich was Professionelleres, weil ich da noch mehr Möglichkeiten mit habe, dann ist es Aufgabe der Agentur, wenn die das umsetzt, dass sie eben darauf achtet, dass die Webseiten ultraschnell ladend sind, weil es einfach so wichtig ist. Also ultraschnell ladend und auch für Mobilgeräte, das war ja die Frage, dass sie dafür optimiert sind. Dann würde ich dich noch als letzte Frage stellen, wie vielleicht sogar Rechtsanwaltskanzleien dann sehen können, dass sie Erfolge haben mit ihrem Online-Marketing. Vielleicht gibt es da irgendwelche Sachen, wie man das messen kann. Wahrscheinlich über wie viele Anfragen kommen. Ja, vielleicht kannst du dazu was sagen. Genau, also wenn wir es im professionellen Agentur-Kontext sprechen wir darüber, sprechen wir von Conversion-Tracking. Also es gibt dann die Möglichkeit, wenn zum Beispiel Google Ads geschaltet werden, also Google Werbeanzeigen, dass man hinter dem Kontaktformular oder auch der Telefonnummer ein Tracking einrichtet und das jedes Mal, wenn eben jemand anruft oder das Kontaktformular benutzt und er kam über die Google Werbeanzeige, dann kann man es eben so einrichten, dass man es auch jedes Mal sieht und dann auch einmal im Monat reporten kann zum Beispiel, wo dann steht, vier Leute haben angerufen und so und so viele haben den Kontaktformular ausgefüllt und ein Teil davon kam über Google Ads, der andere Teil über kostenlose Suchmaschinenoptimierung. Und wenn man das aber alles nicht so professionell aufsetzen möchte, würde ich jedem empfehlen, einfach eine Excel-Tabelle einzurichten, sich wirklich zu notieren, worüber kam jemand und dann auch im Telefonat den potenziellen Mandanten fragen, wie haben sie denn, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden, wie haben sie mich gefunden und das dann so ein bisschen notiert und dann, dass man da eben halt einen Überblick hat, wo dann letztendlich die Anfragen kommen. Jetzt kann es ja sein, hier ist eine Anwaltskanzlei, die sich angesprochen fühlt und jetzt gerne für sich das optimieren möchte. Wie sieht denn bei euch der Prozess aus, um mit Anwaltskanzleien zusammenzuarbeiten? Also wir prüfen erstmal, ob eine Kanzlei oder ein Anwalt mehr oder weniger als 10.000 Euro Umsatz im Monat macht. Wir haben halt für Kanzleien oder Einzelanwälte mit weniger als 10.000 Euro Umsatz ein sogenanntes Einstiegsangebot und was auch vom Preis überschaubar ist und da würden wir dann erstmal das Thema Positionierung angehen, eine ordentliche, saubere Webseite, das Fundament aufsetzen, das auch schon optimieren für die Suchmaschinen und genau, das ist der Prozess und wenn es jetzt eine Kanzlei ist, die schon etabliert ist, vielleicht schon Mitarbeiter hat, mehr Umsätze macht, dann sind die Anforderungen meist auch höher an das Design, an die Usability der Webseite. Vielleicht gibt es auch schon viele Seiten, die umgezogen werden müssen, wenn ein Relaunch ansteht oder so, sagen wir mal. Dann wird es halt gemeinsam erarbeitet und ein Angebot erstellt und wenn es dann passt, dann arbeiten wir zusammen. Ja, das klingt doch sehr gut. Also wer jetzt noch Fragen hat, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten können die Leute dich natürlich auch kontaktieren über LinkedIn. Habe ich alles in der Videobeschreibung gemacht und sie können natürlich auch die Checkliste herunterladen. Die haben wir jetzt auch in der Videobeschreibung reingestellt. Ich danke dir für deinen Einblick. Ich finde es extrem spannend. Wir machen ja auch immer wieder so etwas Ähnliches, aber nicht für Rechtsanwaltskanzleien explizit. Und ich freue mich, falls wir nochmal irgendwie ein Interview dazu machen. Bis dann. Sehr gerne und bis dann.